Kommen wir zum größten Vorfach, das Lenkvorfach. Riesengroß, ihr habt große Oktopusse dran, zwei Haken, ein Zwei-Haken-Vorfach, einen oberen Haken, ein Nachläuferhaken, der Nachläuferhaken oder das Nachläufervorfach vielmehr, besteht aus zwei Haken, wo ihr auch große Köderfische für Lenk anködern könnt und einen oberen Haken, der oben auf der Hauptschnur läuft. 8-Nuller-Haken, ein Meter lang das gesamte Vorfach, der große Running-Boom verhindert, dass sich das Ganze vertüttelt. Wir sind noch dabei, das zu testen, der Lenk fehlt uns noch, aber wir arbeiten dran.